Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt bin ich total durcheinander, wir gucken die Jungs mich völlig entsetzt an, da hat der Sänger wieder einfach die Brille nicht geputzt und reich auf die Setlist geguckt. Asche auf, mein Haupt, tut mir leid, tut mir leid. Wollen wir trotzdem fliegen lernen spielen? Wer hätte das jetzt gekonnt, die wir spielt, aber Daniel muss die Gitarre wechseln. Ja, aber der Daniel macht das gerne, oder? Ja, immer. Je mehr getan, desto besser. Je mehr getan, desto besser, genau. Mein Applaus für Daniel! Ich muss da meine Brille putzen. Wir drehen, wir drehen das jetzt einfach um, egal. Ich finde, es ist ein ganz tolles Lied, es wäre eigentlich erst später gekommen, aber wir spielen es trotzdem, jetzt für euch fliegen lernen. Wuhu! Kann es sein, dass du rastlos durch die Gegend strallst, um einfach nur nicht viel zu sein? Und ich weiß, dass du leise ohne Tränen wirst, unsichtbar für dich allein. Und ein Teil von dir mit den Vögeln auf die Reise gehen. Ohne Angst, du fliehst, schaust nicht mehr zurück. Und du hoffst, du wirst es überstehen. Bitte glaub mir, bald kannst du es sehen. Alles, was es scheint. Alles, was passiert, mit deinen Armen in deinem Leben schreibt. Tage, Küche später, helfen sie dir aufzustehen. Du kannst schreien, bevor du weitergehst. Du hörst auch auf mir, auch wenn du es noch nicht siehst. Es kommt der Tag, der mir zu fliegen ist. Die Jahre werden nichtиком, ohne섭stäblich mit deinen Armen in deinem Leben schreibt. Du kannst der Tag, der mir zu fliegen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020